Ich persönlich freue mich mega, dass wir das hier zusammen machen durften. Das zählt Young Artists. Wir werden moderieren, wir werden tanzen, wir werden einfach eine geile Show machen. Ich bin mega froh, dass wir uns so zusammengefunden haben, mit den Leuten, die die ganze Showbühne hier organisieren. Das ist wirklich etwas, das einzigartig ist. Und ich würde sagen, wir sind auch einzigartig, deswegen ist das ein super Mensch. Ich finde, wir passen hier perfekt rein, einfach auch weil Young Talent. Die beiden entsprechen extrem dem Thema, das wir haben bei Young Artists, Music in Motion. Und mit ihnen kann man natürlich auch super arbeiten. Die sind hochmotiviert und es macht riesen Freude mit ihnen. Es wird ein riesen Abenteuer. Ich glaube, es wird eine Reise. Es wird so viel Neues geben, so viel, was man so nicht erwartet hat. Und deswegen, von mir aus könnte es direkt losgehen.